Liebe Freundinnen und Freunde der Kirchenmusik, die Corona-Pandemie hat uns weiter fest im Griff. Alle musikalischen Gruppen befinden sich in Zwangspause. Das Gottesdienst hier singen ist vielerorts nicht möglich und auch Konzerte können bis Weihnachten nicht stattfinden. Auch zum Beispiel die allseits beliebte Adventsmusik bei Kerzenschein, die ich normalerweise mit meinen Chören gestalte. Damit Sie dennoch nicht ganz auf adventliche und weihnachtliche Klänge verzichten müssen, wird es am 1. Dezember hier auf dem YouTube-Kanal der Johanniskirche Musik in Johannes einen musikalischen Adventskalender geben. Hinter jedem klingenden Türchen werden Musikstücke vielfältigster Art zu finden sein, neben Orgel- und Klavierstücken unter anderem auch Kammer- und Vokalmusik in unterschiedlichsten Besetzungen. Es ist mir eine große Freude, dass ich einige Mitstreiterinnen und Mitstreiter für dieses Projekt gewinnen konnte. Lassen Sie sich überraschen, wer und was sich hinter den musikalischen Türchen bis zum 24. Dezember verbergen wird. Los geht es heute am 1. Dezember mit meiner Bearbeitung des Adventsliedes »Nun kommt der Heiden Heiland« aus dem evangelischen Gesangbuch. Es ist eines der Wochenlieder des letzten Gottesdienstes zum 1. Advent. Das Stück ist eine Stilkopie, ein Ritschakar, also eine Imitationsform im Stile Frescobaldis, welche 1996 im Rahmen meines Kirchenmusikstudiums entstanden ist. Viel Freude damit. Ihnen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Gesangbuchstern Gesangbuchstern Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020